Und ich muss zurück. Ich will nur mal kurz was nachgucken. Du bist jetzt schon Level 16. Ah, dann digitierst du Level 18, oder? Ja, die Unterfahrtsfestigung ist auch schon erfüllt. Das ist sehr schön. Da muss ich mir keinen Gedanken mehr machen. Und du, 22, nicht wahr? Ja. Okay, jetzt wird es auch nicht mehr. Naja, das wird noch ein bisschen länger. Bei Palmas sind es noch zwei Level Apps. Digitiert es. Naja, gut. Mal gucken, was jetzt los ist. Ah, ich muss nicht hin. Ah, okay. Nicht. Oh, shit. Gut. Wurde ich hier mal wieder einkaufen. Jetzt wiederholt sich alles. Kann ich aber Waffen einkaufen bei Gabumond. So. Ähm. Gucken wir mal. Was hier wäre was für... Äh. Äh. Ähm. Terriamon. Kaufen wir mal. Treffende der guten Zeit. Hier wäre es für Warmon und Paimon. Kaufen wir mal einmal. Kaufen wir mal einmal. Ich habe kein was für Agenamon. Ah. Das ist aber was ganz billiges. Naja, das ist besser als nichts. Gucken wir mal noch bei Rüstung. Hm. Baut das hier weiter. Gut, das kauf wir für Terriamon. Ich glaube, das heißt, Treyfrau ist. Hm. Ja. Gucken wir mal noch, was es hier so gibt. Ah. Das ist ein bisschen zu fliegen. Warte mal. Der gibt 10. Das. Oh. Da gibt's Blut. Hier gibt's Spirit. Hier gibt's Spirit. Ich bin jetzt sicher bin dafür, dass das nochmal Blut ist. Ich hab' nichts. Ich hab' nichts zu tun. Ich hab' nichts mit mir drin. Der Traum ist nicht richtig. Gut gemacht nach dem hier Oh, noch ein bisschen, uns könnte die Kiemon ausrüsten Das neue Redner, Mann Das hier stich Das für dich Und das für dich Gucken wir nochmal für Wormann nach Hier Ist auch noch überhaupt nichts Das kannst du nehmen So Hier ist nix Ich habe noch drei Schilde Ah ja, muss ich gleich nochmal nachgucken Ich bin reingekauft Okay Fintaria One Hatte ich noch was Hast du überhaupt schon irgendwas ausgerüstet Hier eine Waffe Habe ich noch ein paar Sachen Hier haben wir nicht schlecht Nehmen wir einfach mal Den Schild Den 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 Denke ich jetzt mal, die Team sind dann einfach halt geworden, die Ausrüstungsgegenstände werden abgelegt Jetzt sieht es ja schon sehr gut aus, was Gooman hier hat Vielleicht war es jetzt noch nötig bei Gooman zu gucken, okay bei Gooman gucke ich es sicher jetzt aber auch noch mal da Oh, du hast noch kein Schild Moment, ich hab immer noch kriegen Ich hab ja noch ein bisschen Geld Gucken, ob ich noch was finde für Gooman Kaufen Nehmen wir einfach mal das Nehmen das hier Gegen Licht Ich weiß jetzt noch mal ein Gebiet gehabt mit Licht Digimon ist ein heiliger Digimon Nein, jetzt passt das schon Äh, jetzt noch mal Digimon Oh Gott, ich brauch schon so viel Zeit, aber ich kann nix dafür, dass dort einfach so lange So Hier Gut Oh, 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 oh Mann, Mann, Mann Jetzt würde ich noch kurz Nein, Digimon Die ich bekommen hab, die neuen Mal kurz, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll Ich, ja Ähm, Digimon möchte noch starten Und jetzt mach ich sie von Daten zu einen echten Digimon Darauf hinfällt mir immer noch kein guter Name ein Hier haben wir jetzt einfach den Digimon Scanner So Ich nutze jetzt die Digimon Scanner Ganz einfach Habe ich has'n Namen dafür So 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 Oh Mann Oh Mann Und du noch Das war so schön Aber ich bin nicht so scharf gerufen, die ist die Digimon zu besitzen Aber Na ja, gut Komm Ich meine, ich kann ja mal gucken, was digitiert, vielleicht ist das hier denn doch gar nicht so schlecht. Und du, Peter, okay. Ähm, Digimon. Obwohl so nicht. Digimon-Liste. Kann ich eigentlich von hier auf Digitations-Gruppe zugreifen? Nein, das würde ich nicht, das. Ja, kann ich. Okay, das mache ich mal. Oh, kurz, was ist denn, die Digimon-Digitzen auch schon gesehen haben? Achso, ja. Level 13, Level 24. Okay, ich gehe jetzt noch mal ein bisschen weiter. So kann man ja, das wird nicht schon, dass das so viele Digitationen hat. Okay. Level 19. Und das hier auf 29. Äh, gut, hat sich erledigt. So, das siehst du immer mit dem, mein Team, Landen. So, was hast du denn für Digitation? Äh, okay. Will ich wahrscheinlich auch nicht nehmen. Und dich gucke ich auch noch nach, was du so hast. Entweder das hier auf 18 oder das hier auf 18. Gut, ich nehme halt, nein, was ich doch noch machen kann. Ähm, die Bank. Ich nehme vielleicht mal. Ähm, Farm. Waldfarm. Hast du noch einmal hin? Ja, nein. Pokémon, da musst du wieder raus. Gut, dann ist das nicht so. So, Leute, ich hatte, kann man jetzt eigentlich das neue Gebiet. Ja, oh, das ist ein schönes Gebiet. Da gibt es schöne Digimon. So, ja, da würde ich jetzt sagen, ich mache erst mal Schluss. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao, bis dahin. Ciao, bis dahin. erst mal. Und wir sehen uns das zwei Mal, wir sehen uns aus 좋다.